hallo servus vorgestern habe ich ja diesen geschenkkorb bekommen habe ich ja in der garage ausgepackt und ich wusste gar nicht von wem der ist, der brief war dabei und ich habe eingeschissen und mir nichts dabei gedacht und ich habe euch ja versprochen jetzt mache ich mal einen test von diesem malzbier, weil ich malzbier eigentlich gern mag, karabarachdarmalz und solche sachen und ich bin echt gespannt wie das schmeckt das malzbier vom herrn knabe Präsi in wirklichkeit heißt er ja maximilian malzbier genanntes malzbier ich werde es jetzt mal probieren test mache ich die hose auf ich habe sie natürlich vorgekühlt ziemlich süß ich würde sagen deutsches deutschbier ist malzig erinnert ans karamalz wobei karamalz einen anderen geschmack hat abgefüllt ist bei der krombacher brauerei alkoholfreies pilzwasser aber schmecken tut es milch ist ja auch gut für schwangere habe ich gelesen ist gut zur malzbildung super süß einfach schmackofatz das war's danke fürs zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten mal